So, willkommen zu meinem neuen Projekt. Let's quail myself. Ich hatte es ja angekündigt. Ja, und los geht's. Ja, ja, so. Oh shit. Let's quail myself. Lasst den Scheiß beginnen. Ah, okay. Es ist ja mein eigener Hack. Also wusste ich jetzt, dass er der Scheiß kommt. Also werde ich vorspulen. Okay. Ich werde keine Save-States benutzen und deshalb Leben holen, Leben holen. 23 sollen wir erstmal reichen. Obwohl. Okay. 40 sollen wir reichen. Okay. Ja, kommen wir zu Level 1. Lakitu-Wahn. Oh, das wird schwierig. Aber ich, ich, das, das einzige Vorteil ist ja, dass ich die Level selbst gebaut habe. Aber sie sind ziemlich schwierig. Vor allem hier in diesem Level ist das Problem der Lakitu und hier war dieser fiese, naja, okay. Ähm, die fiesen, unsichtbaren Blöcke sind echt mies. Naja. Es gibt schlimmere Sachen. Hm, 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 hm. Ja, hier, das, wenn man schnell genug ist, macht der Lakitu nichts Böses. So. Und. Diese Stelle ist am schwierigsten, weil da immer, immer genau der Stachy auf dich drauf fliegt. Und das ist nicht gerade freundlich. Ich muss einfach nur warten, bis das ganze Feuer hier weg ist. Das war natürlich sehr clever. Nicht ungeduldiger Trottel. Ja, nochmal von vorne. Also, den Anfang muss man einfach... Oh, psa. Okay, okay, okay. Schmeiß keinen Stachy auf mich. So. Jetzt nochmal. Nein! Ah, kacke. Ja gut, ja gut, ja gut. Nochmal. Okay. Ähm. Ja, da kann man nicht so viel zu sagen jetzt, aber warum springt der nicht? Ich weiß nicht, ob ich manche Stellen dann vorspulen sollte oder nicht. Aber ich mach eh nur ein Level pro Video. Also hier kann ich ganz sicher vorspulen, aber ich meine hinterher so vielleicht so Nachbearbeitung doppelt oder so. Wenn ich zu oft verkacke an einer Stelle, ist es ja auch langweilig. Schneiden werde ich gar nichts, vielleicht höchstens Bäume. Das war knapp. Oh, das war auch knapp. Oh Gott, das war auch knapp. So, wo schmeißt du deinen Dreck hin? Da. Und, ah, okay, okay, okay. Oh, nein, 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 nein. Ah, ich hab den Mut-Raypoint. Ich bin gut. So. Jetzt geht's erstmal einfach weiter. Ach ja, jetzt muss man hier warten, bis der so einen kleinen Spinner hier reinschmeißt. Ach, schade. Ich dachte, ich schaff das. So, jetzt krieg ich den auch mal töten. Ach ja. Das hatte ich ganz vergessen. Unsichtbare Blöcke. Scheiße. Na gut. Aber ich hab die Mitte. Ja, Mann. Ja. Mein Gedächtnis ist nicht gerade gut. Okay. Okay, 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 okay. Aha, jetzt wirf deinen Scheiß. Hier, hin, hier. Nicht da hin, hier. Genau. Brava. Lucky, du. So. Jetzt hier hoch. Und den kaputt machen. Gut, 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 gut. Der Level ist bald zu Ende. Nämlich jetzt. Oh, geschafft. Supi. Vorspulen. Yay. Okay. Nächstes Mal geht's weiter mit Chuck Alarm. Bis dann. Ciao. left6avyNMet. Vielen Dank.